Und deswegen ist diese Eröffnungsbilanz trotz der schwierigen Rahmenbedingungen katastrophal und der Senat und die sie tragenden Fraktionen wirken entmutigt. Und dabei, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Linnert, kann es eben nicht darum gehen, wie Sie eben gesagt haben, dass das Ziel Ihres staatlichen Handelns ist, so viel Geld einzunehmen, wie man ausgeben will. Weil umgekehrt muss es sein, Sie können nur so viel Geld ausgeben, wie Sie einnehmen und nicht immer nur an der Einnahmestraube steuern. Das ist ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft künftiger Generationen und deswegen ist dieser Haushalt in der Einnahmesituation und der Einnahmeentwicklung das unseriöseste, was diesem Parlament bisher jemals vorgelegt worden ist. Wir brauchen endlich eine in der Landesverfassung verankerte Schuldenbremse, auch in Bremen, damit Haushaltskonsolidierung nicht von ihrer Sprunghaftigkeit, sondern von einem langfristigen Pfad abhängig ist. Das ist die Grundvoraussetzung für Haushaltssanierung, ist die Verabredung auf ein Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung. Sie haben es bisher immer abgelehnt, Sie haben es selbst angekündigt, Sie haben auch ein Jahr nach der letzten Wahl bis heute nichts umgesetzt. Und das lässt große Zweifel daran ankommen, dass es Ihnen wirklich um die Konsolidierung der Haushalte geht und nicht nur darum, Legislaturperiode irgendwie über die Runde zu kommen. Wenn Sie es wollen, dann schreiben Sie es endlich in die Landesverfassung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich, der von Ihnen vorgelegte Haushaltsentwurf erfüllt nicht die an Sie selbst gestellten Erwartungen, weil Sie vieles von dem, was Sie versprochen haben, zurücknehmen. Er erfüllt nicht die Erwartungen der Menschen, die Ihnen das Vertrauen für Ihre Regierungspolitik gegeben hat. Und er erfüllt im Übrigen auch nicht die Anforderungen an eine solide, auch risikenumfassende Haushaltspolitik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte unseres Landes und anderer Länder hat gezeigt, immer dann, wenn es große Mehrheiten gibt, ist auch die Gelegenheit dazu da, große Entscheidungen zu treffen. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf tun Sie das Gegenteil. Sie sind zaghaft, Sie haben keine Vision von unserem Bundesland und Sie versuchen nur irgendwie über die Runden zu kommen und die Verantwortung auf andere zu schieben. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion wird Ihrem Haushalt die Zustimmung nicht erteilen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.